Hallo und Willkommen zu einem Video. Meine Meinung zu The Dark Knight. Erststrahlendische Kinos am 1.8.8. Forum Studios, DC Comics, DC Studios, Warner Brothers Entertainment, Legendary Pictures, Syncopy Films. Einspielergebnis 904,98 Euro. Grundstückskosten 166,75 Euro und Gewinn sind 30,84 Euro. Kurz zur Story des Films. Batman bekämpft das Verbrechen in Gotham. Doch er muss nun gegen einen neuen großen Schurken namens Joker um die Stadt Gotham kämpfen. Nun zu meiner Meinung zum Film. Der Film beginnt mit einem simplen Banküberfall. Die Röber tragen Masken mit dem Gesicht des Jokers, die sich gegenseitig umbringen. Sie arbeiten für den Joker, der den letzten umbringt und mit dem Geld flieht. Somit beginnt der Film mit dem Joker und nicht mit Batman. Von dem sehen wir eine grandiose Action-Szene, wo er gegen die Leute von Christian Crane und Hand und Hunde kämpft. Dabei bemerkt Batman, dass er Nachahmer hat, die ihm eigentlich helfen wollen. Doch er nimmt ihre Hilfe nicht an. Auch die Gerichtsszene fand ich gut. Besonders Fox, der die Ausrüstung von Batman herstellt, gefällt mir. Der Joker hat einen grandiosen Auftritt bei den Leuten von der Mafia. Alle, sogar Batman, unterschätzen den Joker. Auch wie Batman, den Mafia-Boss in China fängt, ist richtig schlau von ihm und ist grandiose Action. Die Szene, wo der Joker einen von Batmans Nachahmern umbringt, ist gleichzeitig lustig und bedrohlich. Batman vertraut Harvey Dent und denkt, dass er seinen Platz einnehmen könnte und Goffin vom Verbrechen beschützen kann. In einer grandiosen Verfolgungsjagd besiegt Batman den Joker. Harvey Dent beschützt Batman, indem er sagt, er sei Batman. Kommissioner Gordon hilft Batman zum zweiten Mal. Harvey Dent wird nach dem Tod von Rachel zum Schurken Harvey Two-Face, was viel zu schnell geht. Und auch die Liebe von Rachel und ihm gefiel mir nicht. Am Ende gewinnt der Joker und Batman geschließt sich ein, dass er schuld ist an den Morden vom Joker. Nun wird Batman von der Polizei gejagt. Ein grandioser Superheldenfilm mit grandiosen Action-Szenen, einem grandiosen Batman und einem grandiosen Joker. Einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten. Und um Welten besser als jeder MCU-Film. Nur Harvey Dent hat mir nicht gefallen. Nur Harvey Dent hat mir nicht gefallen. Ich hatte meinen Spaß beim Schauen des Films auf Netflix. Das war es auch schon mit dem Video und meiner Meinung nach zu Dead Dark Knight. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.